Heute ist Samstag, ich musste trotzdem leider früh aufstehen, weil ich kochentische Schule habe. Und ich muss mich jetzt wirklich beeilen, weil sonst habs mit dem Vater wieder aus. Ich bin eigentlich schon viel zu spät. Und ich frag mich wirklich, warum ihr alle immer wollt, dass ich Hosen anziehe? Wahrscheinlich macht ihr euch einfach nur Sorgen, warum wollt, dass ich mich warm anziehe. Okay, also 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Äh, das hier. Hä, hatten wir das nicht schon mal? Ist ja an sich egal, ihr habt es ausgesucht. Dann eine Hose. 1, 2, die hier. Das ist einfach so eine schwarze, wie nennt man die? Ich hab's vergessen, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und die Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hier. Nein, ich hasse dieses Topf, wir nehmen das da. Bitte, bitte, nein, okay, ich muss das jetzt nehmen. Das ist so doof, das rutscht immer runter, dann sieht man alles. Kann nichts dran ändern. Ich hab einfach komplett vergessen, dass ich ja da drunter jetzt immer so ein T-Shirt, beziehungsweise ein langärmiges T-Shirt anziehe. Das Topf kann ich einfach weglassen, das ist super unnötig. Das mache ich halt, damit es wärmer ist. Und das trage ich unter.